Grüß Sie, ich bin der Dreyer Michael, der Raumaustörter von Sturm und ihr seid jetzt mein Geschäft da drin und jetzt sage ich, was wir alles so machen. Bei dem Betrieb habe ich da gelernt und nachher habe ich das eigentlich übernommen, weil da mein Chef eigentlich in Pension gegangen ist. Übernommen habe ich in 99 Jahren, also über 20 Jahre eigentlich. Alles was für einen Raum innen brauchst. Von Bohnungkrieg, Vorhänge, Polsterungen, Sonnenschutz, ja eigentlich alles muss ich sagen. Und bei den Benen ist es eigentlich auch gleich. Wir verlegen wahrscheinlich Vinylbenen, Parkettbenen, PVC, Tapezierungen auch wieder viel kommen. Interessant, wie der Tag ist schon gedacht. Materialien haben wir viele verschiedene her und so viel Auswahl, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was sie wollen. Früher war das jetzt nicht so, weil die Kollektionen eher weniger und jetzt ist es so umfangreich geworden. Da haben sie auch wieder etwas. Also nicht immer das Gleiche. Wie eigentlich die Mode, sage ich mal. Da haben sie auch wieder neue Sachen dazu. Etwas fällt weg. Ich muss sagen, das ist abwechslungsreich. Weil wir haben nicht ständig in der Werkstatt, nicht ständig Pomponen. Also uns ist mit nur mal das und nur mal das. Und das ist vielleicht nie langweilig. Und das hat mir ich glaube auch gefallen. Wir machen schon viele Reparaturen auch wieder. Oder alte Couchen, alte Stiele auch machen. Das schon. Das hat es früher auch schon gegeben, aber die Leute kommen wieder zurück. Und von den Materialien her hat es sich viel geändert. Also auch wieder von alten, oder wie es bei der Mode ist, wie ich zuerst schon gesagt habe, dass alte Stoffe auch wieder kommen, wie früher. Also so weiterläuft auch bin ich zufrieden. Ich habe jetzt das Geschäft umgebaut und möchte auch. Jetzt bin ich gar nicht mehr geressen. Das passt ja so. Bis zum nächsten Mal.